Die Fußball-Europameisterschaft 2021 startet. Am 11. Juni geht es los. Bis zum 11. Juli spielen 24 Nationalmannschaften um den Sieg. Das Turnier findet dieses Mal an elf verschiedenen Spielorten statt. Darunter mit Baku auch in einer asiatischen Stadt. Das Finale findet schließlich in London im Wembley-Stadion statt. Deutschland und Spanien wurden bisher am häufigsten Europameister. Beide je drei Mal. Wer ist dieses Jahr ihr Favorit? Wussten Sie, dass der offizielle Favorit in diesem Jahr Frankreich ist? Albanien dagegen ist der größte Außenseiter des Spiels. Für einen Franken-Wetteinsatz gibt es bei einem Sieg über 300 Franken zurück. Die EM wurde aufgrund der Corona-Pandemie vom letzten auf dieses Jahr verschoben. Trotzdem behält sie den offiziellen Titel UEFA Euro 2020. Die Stadien dürfen Fans empfangen. Viele werden aber nur zwischen 20 und 50 Prozent der vollen Auslastung besetzt. Allein Budapest plant mit einem vollen Stadion. Für Fans gelten für sie ähnliche Hygieneregeln, wie es auch schon aus dem Alltag bekannt. Der Einlass passiert in einem Zeitfenster, um Schlangen zu vermeiden. Und es gilt Maskenpflicht. So wird die Europameisterschaft ein sicheres Ereignis für alle. Wir freuen uns auf eine spannende Europameisterschaft 2021 und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen.